Hi Freunde und herzlich willkommen, hier war ArchieGaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es ein weiteres Squad Building Challenge. Ihr könnt es sehen, heute geht es um die Photoshills Spieler SPC. Und zwar, genauer gesagt, heute geht es um den 14. und damit letzten Tunkenspieler im Monat Juli. Ja und außerdem wollen wir uns heute noch um die Upgrade-Sets kümmern. Und zwar habe ich 10 Packs vorbereitet von den Upgrade 81er bis 86er Upgrade-SPCs. Davon wollen wir gleich noch 10 Stück machen. Die SPCs selber sind ja noch 3 Tage verfügbar. Ich hatte, als die schon mal da waren, generell zu jedem Upgrade nochmal ein Video gemacht mit 20 jeweiligen Upgrade-Packs. Und ja, ich hatte euch gefragt, ob ihr generell nochmal sehen wollt, dass ich dazu ein einzelnes Video mache. Ihr meintet eher nein und deshalb wollte ich das heute mit reinpacken hier in das Video. Und zwar 10 Upgrade-Packs 81er bis 86er geratete SPC. Ja und generell soll es heute um die Photoshills Spieler SPC gehen. Und zwar hier den Buntic, den 14. Tunkenspieler im Monat Juli. Die greifen wir gleich an. Zwei Tage ist die SPC verbleibend. Sie ist gestern Abend rausgekommen. Gestern Abend haben wir uns jetzt aber schon um zwei SPCs gekümmert. Und zwar einmal um die Top-Partien und um die Déjà-vu SPC. Falls ihr die verpasst habt, checkt ihr auf jeden Fall gerne nochmal auf dem Kanal ab. War auf jeden Fall sehr, sehr geil. Sehr, sehr nice. Und ja, jetzt kümmern wir uns heute als ersten Upload des heutigen Tages. Das wird wahrscheinlich so ein Mittags-Upload, 11, 12 Uhr vielleicht, um diese Buntic SPC. Heute Abend geht es dann weiter natürlich mit der Footies Sieger SPC. Mal schauen, wer da auf jeden Fall gewinnt. Seid also heute Abend auf jeden Fall wieder mit am Start. Und bevor das Video losgeht, ihr wisst Bescheid was zu tun. Die Supporters kamen aus, ihr schüttet gerne den Like-Button. 200 Likes gebe ich heute wieder als Ziel raus. Ich habe euch den ganzen Monat auf dem Laufenden gehalten, was die Photoshills angeht. Ich hoffe, ihr konntet, wenn ihr es denn wolltet, alle 14 Tokenspieler einsammeln. Und da gehen wir direkt mal zu den Rewards. Photoshills Rewards hier am Start. Fünf Tage laufen die Photoshills ja noch diesen Monat. Und lasst mich da gerne mal in den Kommentaren wissen, auf welche Rewards ihr geht. Falls ihr generell keine Tokenspieler mehr verpassen wollt, das heißt auch nächsten Monat. Und die nächsten Monate, die noch anstehen in FIFA 19. Dann seid ihr hier genau richtig. Lasst gerne ein Abo da. Zeigt Support. Hier verpasst ihr wirklich keinen weiteren Tokenspieler. Ich hau immer kleine, feine Infovideos raus, sodass ihr auf jeden Fall Bescheid wisst, dass Tokenspieler am Start sind. Genauso wie heute. Also die SPC, die zwei Tage verfügbar ist, wisst ihr jetzt Bescheid. Ich habe es gestern Abend euch schon in den anderen beiden Videos angedeutet, dass die SPC da ist. Jetzt ein separates, offizielles Video auf jeden Fall dazu. Ja, und wie gesagt, falls ihr die ganzen Infovideos natürlich auch nächsten Monat und alles sehen wollt, zeigt Support. Lasst uns so schnell wie möglich die 200 Likes auf jeden Fall knacken. Ja, seid ihr auf Markus Rashford gegangen mit 14 Tokenspielern? Dann seid ihr auf Davidson Sanchez gegangen mit 12 Tokenspielern. Lasst mich das gerne mal in den Kommentaren wissen. Wir werden gleich mal schauen, wie viele Tokenspieler wir diesen Monat hier auf dem SPC-Account eingesammelt haben. Werden wir uns natürlich dann auch doch die Rewards abholen. Aber jetzt erstmal vorneweg zur SPC selber. Die schauen wir uns natürlich jetzt erstmal wieder an. Also, Puntic gibt es als Rewards-Spieler. Und da müssen wir Folgendes abgeben. Kroatien oder Deutschland mindestens zwei Spieler. Spieler aus derselben Liga müssen wir maximal sechs abgeben. Beziehungsweise, ja, da müssen wir darauf achten, dass es maximal sechs aus einer Liga sind. Dann Vereine. Mindestens vier, selten mindestens zehn Spieler. 79er Rating müssen wir jetzt tatsächlich erreichen. Nur in der Teamspielung, aber wiederum nur von 75. Ja, aber hier auf jeden Fall ein bisschen tricky wieder mit den zehn seltenen. Kostet euch aber roundabout nur 9, 10k. Mehr wirklich eigentlich gar nicht. Ja, Spieler aus derselben Liga maximal sechs. Die Begrenzung, da müssen wir ein bisschen drauf aufpassen. Wir gehen jetzt einfach mal ganz entspannt in eine Liga zum Beispiel aufgrund dessen, weil wir einfach Deutsche brauchen. In die Bundesliga zum Beispiel. Und da gucken wir einfach mal, was wir hier am Start denn so haben. Wir haben zum Beispiel Toprak, Kruse, Bender, will ich jetzt nicht unbedingt benutzen. Trapp, die Darby. Wir packen die erstmal hier alles schön entspannt drauf. Rashica. Und dann gucken wir einfach mal, was wir hier basteln können. Also, die Darby wäre auf jeden Fall schon mal der erste Deutsche. Der kann jetzt ZM in den Sturm packen wir dann einen deutschen Kruse mit einem Franzosen Augustin. Im Mittelfeld packen wir dann Baumgartlinger, nicht Baumgartl. Und im RM dann zum Beispiel ein Bamboo. Ja, und damit, klar, Toprak will ich jetzt überhaupt nicht abgeben als 82er. Genauso wie Bender auch nicht. Trapp passt unten ins Tor, wenn dann schon. Ist auch ein Deutscher. Würde aber wahrscheinlich auch nicht viel kosten. Lecky können wir eventuell noch benutzen. Wir müssen aber sowieso in die Liga noch gehen. Und da gehen wir jetzt zum Beispiel jetzt einfach mal in die La Liga Santander. Und da packen wir dann auch wieder seltene Reihen. Zehn seltene müssen wir hier, wie gesagt, benutzen. Und das werden wir auf jeden Fall hier auch hier auch auf jeden Fall wieder machen. Hier, das passt auf jeden Fall schon mal perfekt. Gleicher Verein. Und dann gucken wir mal, Rechtsverteidiger. Da haben wir Sergio Roberto, den will ich jetzt nicht unbedingt benutzen. Linkes Mittelfeld. Da haben wir Gaia. Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr nice. Im LM haben wir hoffentlich auch einen. Jawohl, Inoui. Perfekt. Und was haben wir als Rechtsverteidiger? Wir können da einfach noch ein Lecky reinpacken. Das sollte eigentlich passen. 87 Team Schmied. Das heißt, das Ganze könnt ihr auch theoretisch, wenn ihr Bock habt, 1 zu 1 nachbauen. Ja, und ihr könnt sehen, wie ihr das Ganze einfach aufteilen müsst. Aufgrund der Formation 4-4-2 ist es relativ simpel zu linken. Ihr geht oben einfach in eine Liga. Und unten, ihr seht ja, jetzt habe ich das hier ein bisschen aufgeteilt. LM, klar, ist es immer noch spanische Liga. Weil ich jetzt keinen Rechtsverteidiger hatte aus der spanischen Liga. Und hier einfach ein Bundesligaspieler als Rechtsverteidiger hingestellt. Geschaut, dass die 10 seltener am Start sind. Und ja, selbst auch die Deutschen, die dürften jetzt nicht krass gestiegen sein. Beziehungsweise man hat hier zwei Optionen. Kroatien und Deutschland. Hier 900 Münzen. Also die bekommt ihr für fast Discard. Das sollte kein Problem für euch werden. Falls ihr das Ganze 1 zu 1 nachbauen wollt, gehen wir kurz die Namen durch. Damit ihr das auf jeden Fall auch sehen könnt. Und damit holen wir uns dann hier, ich weiß gar nicht, den wievielten Tokenspieler diesen Monat ab. Hier auf dem Hauptaccount. Bender, Toprak, Tapp und Rashica behalten wir. Und damit gehen wir das Ganze ab. 79er Bewertung beschafft. Chemie ganz entspannt. 10 seltene. Also, leichter geht diese SPC, das sehe ich gar nicht. 14er Tokenspieler damit eingesammelt. Den letzten Tokenspieler. Das nochmal vielleicht kurz zu erwähnen. Habt ihr im letzten Infovideo gesehen. Die gibt es ja momentan in Squad Battles. Das heißt, ihr müsst natürlich noch warten. Auf zum Beispiel die Rewards. Dass die von Sonntag auf Montag kommen. Bis ihr dann, wie gesagt, den 14. Tokenspieler wirklich final bekommt. Aber, wie gesagt, das ist an sich der 14. und letzte Tokenspieler, den es einzusammeln gibt. Buntic. Das ist auf jeden Fall die letzte SPC. Die müsst ihr machen. Wichtig, wie gesagt, die läuft nur ein paar Tage. Dass ihr den auf jeden Fall mitnehmt. Und jetzt zeige ich euch das nochmal kurz hier in der Übersicht. Das Ganze, bevor wir reingehen in die Upgrade Packs gleich. Also, Squad Battles. Da ist, das wisst ihr von den letzten Infovideos. Da ist momentan hier Nakamura drin. Den bekommt ihr. Die Rewards bekommt ihr in zwei Tagen, 15 Stunden. Das ist in der Nacht von Sonntag auf Montag um 2 Uhr nachts. Falls ihr da Infos haben wollt, geht gerne aufs Infovideo vom letzten Mal. Ich habe auch noch eine Playlist erstellt. Also, das ist auf jeden Fall kein Problem. Ja, und jetzt gehen wir nochmal hier in die Übersicht. Da habe ich nochmal alle Tokenspieler für euch vorbereitet. Wie in den letzten Videos auch. Und hier können wir jetzt auf jeden Fall unseren letzten Tokenspieler hinzufügen. Buntic, den wir eben jetzt hier genommen haben, geholt haben. Zack, da ist er. Also, das sind jetzt alle 14 Tokenspieler, die ihr eingesammelt haben solltet. Wenn ihr denn auf 14 Tokenspieler geht. Wir auf dem SBC-Account haben jetzt hier Corbo mitgenommen. Jones und Calver. Genauso wie Buntic. Also, vier Tokenspieler. Was werden wir damit machen? Wir werden uns auf jeden Fall gleich mal das Ganze anschauen. Auf jeden Fall hier nochmal in der Übersicht. Alle 14 Tokenspieler, die ihr haben solltet. So, jetzt gehen wir mal rein zu den Squad-Binning-Chelters. Und gucken mal, was wir denn damit anstellen können. Daniel Wass und ein Jumbo-Primo-Goldpack könnten wir uns holen. Wir könnten uns aber auch Quincy-Promise für vier Tokenspieler holen. Und da bin ich gar nicht mal so abgeneigt. Und das werden wir jetzt auch machen. Wie gesagt, fünf Tage laufen die FUT-Tauschstils noch. Da müsst ihr natürlich auch dran denken, die Tokenspieler jeweils zu benutzen. Ja, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Das vergessen die meistens vielleicht dann auch. Und wir geben jetzt hier unsere vier Tokenspieler ab. Und das sollte kein Problem werden. Wir brauchen kein Teamspiel, wir brauchen kein Rating oder sowas. Also, ihr packt die einfach rein. Da kam auch öfter die Frage, wie kann man sich eigentlich hier die Rewards abholen. Ganz, ganz simpel. Einfach die Spieler reinstellen. Und damit ist das Ganze dann abgehakt. Quincy-Promise hier auf dem SBC-Account. Nehme ich sehr, sehr gerne mit. Ein 90er-Promise-Karte. Ja, und damit gehen wir jetzt gleich rein in die Upgrades. Würde ich auf jeden Fall vorschlagen. Ja, nice. Es sieht auch einfach nice aus. Das Kartendesign, FUTIS-Sieger-Kartendesign. Das ist echt bombastisch, muss ich auch nochmal sagen. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Promise sieht sehr, sehr nice aus. Auch mit dem Trikot jetzt. Passt perfekt. Trikot, das rosa, perfekt. Einfach geil. Einfach eine geile Karte. Promise. Gucken wir uns jetzt nochmal kurz an, bevor wir in die Upgrades gehen. Herrlich. Vier Sterne, fünf Sterne. Und guckt euch diese Stats an. Ausdauer 99. Sprungkraft ist da. Bombastisch. Geile Karte. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. So, jetzt geht es aber rein in die Upgrades. Und ja, wir haben 10 Packs vorbereitet. Mal schauen, was wir so schönes ziehen können, würde ich sagen. Drei Tage laufen diese ganzen Upgrades noch. Ich bin mal gespannt, ob die nochmal zurückkommen. Das weiß ich jetzt nicht genau. Beim letzten Mal sind sie abgelaufen und am Tag selber dann direkt wieder re-released worden. Für eine weitere Woche. Also insofern kann ich mir auch vorstellen, dass die jetzt irgendwie jede Woche gedroppt werden. Aber halt mit anderen Formationen. Wir fangen an mit einem 82er Batra. Und dann gucken wir einfach mal, was wir da schönes ziehen können. Jetzt hier in den generell 10 Sets. Wie viele Walkouts. 84er, 85er. Wir ziehen hier auf jeden Fall die erste Wand. Und Belgier. ZDM. Wer ist denn das? Das ist Witzel. 85er. Let's go. Das ist sehr, sehr nice. Das ist das, was man sehen will. Wenn man keine Walkouts sieht, dann will man hier mindestens den 85er mitnehmen. Das haben wir hier mitgemacht. Witzel nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Perfekt. 85er Witzel. Acht Packs noch, die vor uns liegen. Lasst mich gerne auch wissen, ob ihr die Upgrades gemacht habt. Wenn ja, wie viele Upgrades-Sets habt ihr davon gemacht? Alles Sachen, die mich natürlich interessieren. Hier wieder keine Wand. Können wir skippen. Ab ins nächste Pack ist doch klar. 81er sogar nur. Das ist natürlich Worst Case. Das ist natürlich klar. Wo ist der Walkout? Können wir einziehen? Das ist die große Frage. Ich bin aber auch wirklich, ich wäre jetzt gar nicht unzufrieden, wenn wir da jetzt ein paar 85er mitnehmen können. Aber auch 84er. Damit hätte ich überhaupt kein Problem. Aber die ganzen 81er, die können mir eigentlich auf jeden Fall gestohlen bleiben. So, sechs Stück noch. Jetzt haben wir die Hälfte dann gleich durch. Und wir ziehen den ersten Walkout nach dem fünften Set insgesamt. Und es wird tatsächlich eine Special-Karte. Es wird ein Team of the Season. Und zwar Stürmer. Wer ist denn das? Das ist Collins. 86er Collins. Nice, Leute. Es ist sogar der High-Rate-Sister. Also es ist kein irgendwie 84 plus Tots-Walkout. Nein. Es ist direkt ein 86er-Walkout. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Nehme ich sehr, sehr gerne mit. Kleider keine, ähm, ja, keine Normal-Karte. Es ist eine Tots-Karte. Mal schauen, ob die nochmal Relevanz bekommen, die Tots-Karten in der gewissen SPC. Da bin ich mal auch sehr, sehr gespannt. Leider kein Back-to-Back-Walkout. Bekommen wir, ne, bekommen wir leider keine Wand. Können wir wieder skippen. Und damit wieder rein ins nächste Pack, würde ich sagen. Zack, 81er-Walkout-Holo. Nehmen wir einfach mal mit. Vier Sets noch. Und dann haben wir das Ganze hier auf jeden Fall ready und fertig. Lasst mich, wie gesagt, gerne wissen in den Kommentaren, auf welche Rewards ihr geht. Während wir jetzt hier die zweite, oder ne, die nächste Wand ziehen, müssen wir ja sagen. Oh, jawoll, 84er. Raoul Albiol, nice. Kein 83er, sondern direkt ein 84er. Also, die Wände auf jeden Fall sind heute on point. 84er und 85er mit Witzel eben. Perfekt. Können wir die nächsten 84er und 85er ziehen? Nein, anscheinend nicht. Aber die nächste Wand. Wer wird's? Komm, 85er. Polen. Ah, Innenverteidiger, brauche ich gar nicht mehr gucken. Das ist ein Glick. Da wissen wir alle Bescheid. Der ist auch gefühlt in jedem Set drin. Mal gucken, ob er tradable ist. Perfekt ist er sogar. So muss das Ganze laufen. Und jetzt noch zwei Sets zum Abschluss. Ich hoffe, das Ganze hat euch heute wieder gefallen. Wenn ja, wisst ihr, was zu tun ist. Support ist kein Mord, zerstört den Like-Button. Und dann werde ich auf jeden Fall hier weiter die Infovideos bringen. Auch nächsten Monat natürlich wieder. Aber wie gesagt, wenn ihr keinen Bock mehr darauf habt, schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, was die Infovideos angeht. Oder vielleicht hat er Tipps und Tricks, was die Infovideos angeht, was ich noch ändern könnte. Wir enden das Ganze jetzt hier aber mit keinem Walkout, auch mit keiner Wand leider. Es wird ein Kondokbier, der da um die Ecke kommt. Ja, schade. Schade auf jeden Fall. Aber ich bin echt zufrieden. Witzel hat er mitgenommen, den 84er. Und dann auch eben den Walkout Totskarte Collins. Also wir packen alles in den Verein. Ich hoffe, ich konnte euch wieder heute helfen, auf dem aktuellen Stand halten, was die Tokenspiele angeht. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächsten Monat wieder. bei den nächsten Fundtausch-Stills. Bin mal gespannt, was da für Rewards am Start sind. Insofern haut rein. Bis heute Abend. Bis zum nächsten Mal. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.